Es geht weiter mit Kauskanz im Zauberwald. Hier habe ich die Bio-Helden, wo Kohl oben rausguckt. Immer nochmal die Erinnerung, es ist alles aus Holz. Dann gehe ich mal weiter, gehe mal ein Stück hoch. Och Gottchen, hier so eine kleine Raupe, die ist ja süß. Eine Raupe im Kohlkopf. Und hier sind zwei Kohlköpfe, die sich streiten. Tja, so wie wir Menschen. Und hier unten sieht man am Boden, das sollen Scherben sein. Meistens, wenn die Leute sich streiten oder sogar hauen, dann entstehen Scherben. So, und jetzt gehe ich mal weiter. Hier kommt eine Glühbirne. Und die Glühbirne steht natürlich für unser Gehirn, für unser Denken. Und dann gibt es noch ein schönes Zitat hier von Dostoyevsky. Da gehe ich mal rauf. Mal gucken, ob man das lesen kann in dem Licht. Ja, das geht gerade so. Okay, also hier steht, jetzt wird es gerade Schatten. Okay, also ich lese das mal vor. Bald erreicht die Toleranz ein so tiefes Niveau, dass die Klugen nicht mehr denken dürfen, dass die Gefühle der Dummen beleidigt. Tja, dazu braucht man eigentlich gar nichts mehr sagen. Ja, das steht ja für sich. Und hier, dazu gehört diese Birne. Okay, und schon wieder ein Break mit Angie. Okay. Vielen Dank.